Musik Cooler Helfer Muss man ihm lassen Yoshi Yoshi Was sehen wir nicht? Yoshi Ach den hab ich schon mal gesehen Den Schirm Das haben wir letztmal weggeklappt Ja, der mit dem der Macke jetzt fliegt Deckel 5 Das war eigentlich ganz witzig. Da ist der Schirm umgeklappt. Dann werden sie fast hier runter gestürzt. Also nicht runter, sondern hier die linke Seite da, die jetzt da ist, die ist ein bisschen verklippt. Weil der Wind zu schräg kommt. Aber jetzt ist sie drin, guck mal. Läuft doch. Und weg ist er, der Mackie. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das war ein paar Mal. Ab jetzt Palästinenser Gebiet. Der hat ja schier früh geschossen.